Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christopher Saring und heute geht es mal wieder um ERPEL und zwar um die Arbeitszeiterfassung der Mitarbeiter. Dazu locken wir uns jetzt erst mal ein und gehen erst mal auf die Arbeitsschritte ein, die der Mitarbeiter zu erledigen hat und zwar erstmal grundsätzlich die Arbeitszeit. Das hier oben können wir mal wegmachen und zwar die Arbeitszeit wird standardmäßig so erfasst, dass er hier Arbeitstag Start macht. Starten, so dann läuft die Zeit los. Wenn er individuell selber die Pausen bestimmen möchte, dann ist er hier natürlich dann irgendwann mal Pause Start machen. Wir warten mal bis jetzt hier eine Minute mal durchgelaufen ist. Wenn der Mitarbeiter seine Pause startet, dann drückt er einfach hier auf Pause Start. Warten wir wieder mal eine Minute und wenn die Pause dann vorbei ist, drückt er einfach auf Pause Ende. Im Nachgang, wenn er es ein bisschen zu spät gemacht hat, kann er es hier jetzt noch bearbeiten, ansonsten geht er einfach auf das Dashboard wieder zurück und wenn er dann seine Arbeitszeit beendet, am Ende des Tages, drückt er dann hier einfach auf Arbeitstag Ende. So, da er ja den Tag beendet, also er könnte jetzt hier zurück auf die Übersicht gehen, aber eigentlich kann er dann hier auf Lockout drücken und damit ist der Arbeitstag für ihn abgeschlossen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, die Pausen automatisch sitzen zu lassen. Das heißt, wenn der Mitarbeiter halt pünktlich seine Pausen beginnt und auch einhält die Zeiten, dann muss er die Pausen nicht starten oder beenden. Die Automatik funktioniert nur, wenn absolut keine andere Pause vorher schon mal irgendwie gebucht wurde. Also mit dem Buchen der ersten Pause wird die Automatik ausgeschaltet. Das geschaltet sich so, also die Automatik natürlich, dass nach sechs Stunden automatisch 30 Minuten Pause eingebucht wird und wenn man bis zu neun Stunden arbeitet oder länger, wird automatisch nach acht Stunden eine 15-minütige Pause eingebucht. Diese Automatik lässt sich auch noch umstellen, dass man statt diesen 30 plus 15 Minuten eine Autopause von einer Stunde in der Mitte einlegt. Sollte der Mitarbeiter vergessen, seine Arbeitszeit zu beenden, wird Punkt 24 Uhr die Arbeitszeit automatisch auf die reguläre Arbeitszeit, die in seinem Mitarbeiterprofil hinterlegt ist, gesetzt. Das heißt, wenn dort acht Stunden drinstehen, wird die auf acht Stunden gesetzt. Das wird natürlich markiert, so dass der Personaler am Folgetag oder später das korrigieren kann. Der Mitarbeiter müsste sich das in dem Moment dann auch merken, dass er da was vergessen hat. Feiertage werden hier automatisch beachtet. Das heißt, im System ist hinterlegt, in welchem Bundesland sich der Mitarbeiter oder seiner Tätigkeit nachgeht. Und in dem Fall wird an den Feiertagen automatisch die Arbeitszeit mit null berechnet. Also das heißt, es werden keine Minusstunden gebucht. Wenn er natürlich an diesem Tag trotzdem arbeitet, warum auch immer, dann gelten natürlich die Arbeitszeiten, die erfasst wurden. Eingerichtete Urlaubstage werden natürlich auch nicht als Minusstunden mitberechnet. Ich hoffe, das Video hat geholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte ein Like. Wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann abonniert auch den Channel. Dann bekommt ihr immer die neuesten Nachrichten, Änderungen und beziehungsweise auch die neuesten Anleitungen für die Apple Enterprise. Bis bald, euer Christoph. ... ... ... ...